Jetzt spiele ich eine Melodie für euch auf Geige, es heißt The Strides. Es ist geschrieben von Solas, also das denke ich. Ich habe es gerade noch auf meinen Rechner aufgesucht, aber naja, es kann auch jemand von Solas gewesen sein, aber ist egal, weil diese Melodie liebe ich zu spielen, weil da darf ich wieder meinen Geiger in Zweien sägen. Ich hoffe, dass ihr das auch genießt. Dieってest du denote, wie es ganz hilfreich ist, weiß ich um gogeung. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018